Heute ist es endlich soweit, viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich schon und es ist irgendwie geschehen, dass der Name, naja, schaut euch das Video bis zum Ende an, würde ich sagen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem 5 Minuten Update, bis gleich nach dem Intro-Wirma. Wisst ihr, was ich immer nicht mag in der Winterzeit, dass man so, so weiß ist, ne, ich mag das immer nicht, ich, ich weiß nicht, ich mag mich dann immer selber nicht ansehen, ich weiß nicht, ihr müsst mich ansehen, ähm, heute 5 Minuten Update, kommt einmal im Monat raus, für die Neulinge, das ist im Grunde die News für diesen Kanal, immer zum ersten des Monats kommt dieses Video raus, dann gibt es immer ganz viel was zu gewinnen, beziehungsweise es gibt mindestens immer eine Sache zu gewinnen und die besagte Mr. Handwerktasse, äh, gibt es einmal ein Rot und einmal ein Schwarz, den Gewinner blende ich jetzt mal hier ein, äh, melde dich bitte bei mir, unten in der Videobeschreibung findest du meine E-Mail-Adresse, teile mit da, bitte deine deutsche Lieferanschrift mit. Für alle Neulinge einfach kommentieren, Hashtag Tasse und mit etwas Glück bist du nächsten Monat mit dabei. Für alle Stammabonnenten, sorry, dass ich das immer und immer wiederhole, aber es gibt halt den ein oder anderen Neuling hier und ähm, der weiß es natürlich noch nicht. So, 5 Minuten Update, ähm, wie gesagt, schaut euch das Video bis zum Ende an, ähm, ja, viele von euch, wir wollen wahrscheinlich wissen, wer ich bin, wie ich heiße und das wird natürlich heute auch aufgelöst. Ähm, ja, in der Regel besprechen wir so die Projekte, die so die nächsten, also jetzt in den kommenden Monat Februar so anlaufen. Es gibt, ähm, eins, zwei Projekte, die kommen werden, eins liegt davon schon hier und zwar habe ich da Schubkästen gebaut und für diejenigen, die mich auf, äh, oder auf Instagram folgen, die wissen wahrscheinlich schon, was es wird. Es wird die Sitzkommode, beziehungsweise ich hatte das ja schon im letzten 5 Minuten Update abgesprochen gehabt, wegen der Statik. Und da habe ich mir was ganz, ganz Einfaches überlegt und, ähm, letztendlich hat das Steffi gesagt, dass ich das so machen soll. Ähm, schaut euch auf jeden Fall das Video an, beziehungsweise das Video ist schon online. Ich werde euch mal das hier oben verlinken, beziehungsweise den ersten Teil vom, von der Kommode mit, mit Sitzfläche. So, machen wir weiter. Ähm, was ich jetzt ein bisschen ernüchternd finde, ist, dieses Set hier habe ich jetzt schon zweimal angepreist. Und zweimal hat sich der Gewinner nicht gemeldet. Äh, was ist das hier? Ein Forstner Borre Set von der Firma Pharmac, äh, Bormax 2.0, liegt um die zwischen 80 und 90 Euro. Richtig, richtig geiles Zeug und, äh, es hat sich jetzt zweimal der Gewinner nicht gemeldet. Ähm, bitte, bitte, bitte kommentiert hier mit. Hashtag Pharmac. Und zum 1.3., also sprich im März, werde ich das nochmal auflösen, beziehungsweise den Gewinner dann hier bekannt geben. Und ich hoffe, dass ihr alle mit dabei seid und dieses Set, also guckt, ob ihr das Set gewonnen habt. Es ist wirklich traurig, dass die Leute sich irgendwie nicht melden. Ich weiß es nicht. Bei den Tassen geht es immer recht flott. Bei diesem Ding hier irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Oder wollt ihr das nicht haben? Keine Ahnung. So, eigentlich gibt es gar nicht so viel zu besprechen, weil bei dieser Sitzkommode ist mir ein ganz, ganz großer Fehler unterlaufen. Das werdet ihr aber auch demnächst sehen. Da gibt es ein extra Video dazu. Ja, und deswegen fehlt mir so ein bisschen Material. Ähm, vielleicht machen wir, oder wir könnten ja auch mal ein Frage-Antwort-Video wieder machen mit der Steffi zusammen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dann Hashtag, keine Ahnung, Mr. Handwerk oder Steffi. Und dann haut mir mal bitte ganz, ganz viele Kommentare rein, was ihr über uns, über Mr. Handwerk, über die Werkstatt, über Werkzeug wissen möchtet. Ganz, ganz wichtig. Ähm, dann machen wir nochmal so ein Video. Mir wäre es sehr, sehr lieb, wenn ihr ganz, ganz viele Fragen stellt zu Thema Werkstatt bzw. Werkzeug. Ihr könnt natürlich auch private Fragen stellen, aber es ist ja ein Handwerkskanal, ne. Deswegen, ähm, wären so Werkzeug- bzw. Werkstatt-Themen oder rund um das Thema Handwerk wäre natürlich angebrachter. Ähm, kommen wir zum Tool des Monats. Und zwar habe ich mir von der Firma AZ einen Satz Treiber gekauft. Die war nicht so günstig und einen Satz, ich glaube auch Treiber oder Körner. So, jetzt sage ich euch mal, warum. So ein Satz liegt, glaube ich, bei 40 Euro. Also insgesamt liegen hier 80 Euro. Und, ähm, natürlich gucke ich auch irgendwie, ähm, dass ich mein Geld einteile. Sprich, ich habe auch kein Geld zum Rausschmeißen oder so, ne. Deswegen bin ich da immer, ja, überlege ich mir mal dreimal Sachen, bevor ich mir die kaufe. Und ich habe, einen Treiber habe ich hier. Den habe ich schon seit Jahrzehnten oder seit Jahren. Und, ähm, ich komme immer ganz, ganz schnell an meine Grenzen, weil das ganz, ganz oft die Situation jetzt gab. Und da fehlt ihm ein kleiner Treiber, ein etwas größerer Treiber. Und, äh, dieser hat natürlich einen dickeren Durchmesser. Deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt reicht es mir, jetzt kaufst du wieder einen Satz Treiber. Und auf Amazon, beziehungsweise im Internet, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Anbieter. Und, ähm, von 5 Euro bis 40 Euro oder noch mehr. Und dann habe ich mir gesagt, komm, HZ, wurdest du bis jetzt noch nie enttäuscht. Bis auf einmal, da habe ich ein Fake-Produkt auf Amazon irgendwie gekriegt. Diese Links-Austria. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Und jetzt habe ich mir einfach qualitativ hochwertige Treiber gekauft. Und passend dazu auch Körner. Ähm, ne, hier 1, 2, 3. Das sind auch Treiber, Körner, je nachdem. Die sind ganz, ganz wichtig. Vor allem für die Metallarbeit ist so ein Körner unverzichtbar. Und der ist mir nämlich letztens auch abhandengekommen. Und diese Treiber, die braucht man auch. Das ist für mich das Tool des Monats. Findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt möchte ich euch mal meinen neuen Partner vorstellen. Ihr hattet, es gab bis jetzt 2, 3 Kooperationen schon. Und zwar ist das die Firma Ruko. Das ist jetzt mein neuer, fester Partner, der mich mit Metallbohrer, Fräser, Senker, also alles, was mit der Metallbearbeitung zu tun hat, versorgt. Ich blende euch mal die Webseite ein. Und das ist wirklich richtig, richtig tolles und qualitativ hochwertiges Werkzeug. Und das Tolle daran, für Gewerbetreibende jetzt, die zuschauen, ihr könnt euch kostenlose Produkte, ich glaube Testwerkzeuge, wenn ich das richtig verstanden habe, zukommen lassen. Den Instagram-Account werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut doch mal dort vorbei. Und übrigens für alle die, die jetzt kein Gewerbe betreiben, sondern einfach nur Heimwerker sind wie ich, dort finden auch regelmäßig Gewinnspiele statt. Natürlich auch hier auf meinem Kanal im 5-Minuten-Update immer. Aber wenn ihr mal Lust habt, etwas zu gewinnen, dann folgt denen unbedingt. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für alle. Im Übrigen produziert RUKO auch Gewindeschneider-Sets oder einen Satz. Wenn ihr was sucht, ist eigentlich unverzichtbar für jeden Heimwerker, Handwerker. Habe ich auch jetzt letztens vor Weihnachten meinen Top-Werkzeugen unter 100 Euro vorgestellt. Das Video werde ich mal hier oben verlinken. Ganz, ganz empfehlenswert, dieses Gewindeschneider-Set oder Satz. Ich habe davon zwei, einmal für Stahl, einmal für Edelstahl. Und natürlich den entsprechenden Metallbohrer. Ja, ich freue mich, dass ich mit der Firma RUKO zusammenarbeiten darf. Wie gesagt, ich kann euch die Webseite wärmstens empfehlen. Da gibt es auch ganz, ganz tolle Artikel. Beispielsweise, warum muss ich Stahl schmieren oder kühlen? Warum brechen meine Bohrer ab? Was mache ich falsch? Und so weiter und so fort. Also da ist richtig, richtig viel Potenzial und kann ich euch nur empfehlen. So, und jetzt würde ich sagen, ich habe euch meinen neuen Partner vorgestellt. Und jetzt werden wir, die Tasse habe ich auch gemacht. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen Material fehlt mir. Jetzt werden wir mal Steffi besuchen. So, ich würde sagen, bis gleich. Und da sind wir bei Steffi so schön angelangt. Hi. Hi, Tag Post. Tag Mister. Ja, ein bisschen andere Umgebung hier, ein bisschen gemütlicher, würde ich sagen. Nicht so wie in der Werkstatt. Ja, es ist schon etwas spätlich des Tages, aber du wolltest unbedingt herkommen, mir was mitbringen. Ja, ich wollte unbedingt mal hier auf eine tollen Sitzkommode sitzen. Das ist ein neues Projekt. Teil zwei. Kommt morgen, ne? Morgen. Richtig, morgen um 10 Uhr. Was? Sag ich jetzt einfach mal so. Ich bin hier, weil ich dir was mitbringen wollte, beziehungsweise ich wollte das gemeinsam mit dir mal den Zuschauern zeigen. Ich habe ja eine, oder wir haben ja eine Amazon Wunschliste, direkt unter dem Video findet ihr, hinzugefügt. Die du gestaltet hast, richtig? Die ich gestaltet habe. Ganz, ganz viele tolle Sachen. Hast du schon reingeguckt? Okay, nein. Genau. Und da sind so ein paar tolle Geschenke dabei, unter anderem eins von Jan, das habe ich schon letztens. Das habe ich in deiner Story gesehen, glaube ich, ne? Genau, gepostet, ja. Richtig cool. Aber mal nebenbei jetzt, ne? Was denn? Du siehst da richtig, richtig gut aus heute. Hä? Boah. Kein Mist da wieder. Oh, schneidest du es raus? Ähm. Ich gucke mal in das Geschenk rein, das kannst du dir ja noch überlegen. Also ich finde das ja erstmal richtig süß verpackt, ne? Wie goldig ist das denn? Ja. Soll ich mal vorlesen? Ja. Viel Spaß mit deinem Geschenk. Von wegen Messen kommt von Mist. Macht weiter so. Von Jan. Ja, das hast du ja schon gesagt. Sehr süß. Wirklich richtig cool. Vielen, vielen Dank schon mal. Ich glaube, das hast du aber schon gesehen, ne? Ähm. Was, ich kann nicht mehr so genau. Oh, ich bin... Achso, ja gut. Ein Zollstock. Ein Gliedermaßstock. Aber, achso, ja, okay. Aber gab es nicht schon mal so eine Umfrage, wer wie was sagt? Äh, weiß ich nicht. Okay. Ja gut. Gliedermaßstock. Gefällt dir? Ja, richtig, ich finde, es ist richtig witzig. Nur für echte Mädels. Genau. Und die Amazon-Wunschliste haben wir einfach reingesetzt, weil viele uns mal was zukommen lassen wollen, beziehungsweise mit uns einen Kaffee trinken wollen. Und wir schaffen das einfach zeitlich nicht, sich mit den ganzen Leuten, Zuschauern zu treffen. Und so kann man sich dann ein bisschen erkennlich machen, ne? Ja, aber vielen, also vielen Dank, äh... Genau, wir freuen uns wirklich ganz, ganz doll darauf. Wer war nochmal mit Markus, ne? Markus, ja. Aber er passt perfekt. Ich hatte noch keine Kaffeezeit. Genau. Wir sitzen jetzt hier auf unserem neuen Projekt. Teil 1 ist jetzt schon online gegangen. Und Teil 2 kommt morgen um 7? Ne, um 10. Okay. 7 ist ein bisschen früh. 10 Uhr morgens, Samstag. Genau. Teil 2 insgesamt gibt es drei Teile, ne? Ja, wobei Teil 2, ja, okay. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Schaut euch das an. Und ich hatte gerade eben vor ein paar Minuten erwähnt gehabt, wenn die Zuschauer Bock hätten auf einen Couch-Vlog, kennst du ja? Kaffee, bisschen quatschen. Dann lasst uns bitte ganz, ganz viele Fragen da. Ja, wir hatten ja schon mal ein paar. Ja, würdet uns natürlich, also falls ihr Fragen habt und vor allen Dingen schickt vorab eure Fragen, damit wir schon mal so ein bisschen aussortieren können und vor allen Dingen gucken, ob es sich lohnt, oder? Wenn jetzt nur drei Fragen kommen, dann... Dann machen wir das natürlich nicht. Dann muss es den Spaß. Wie gesagt, alle unten als Kommentar da lassen. Und ja, das war das 5-Minuten-Update. Ja, sehr cool. Hat mich gefreut, oder uns, ne? Genau, hat uns gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank und ich würde sagen, bis nächsten Freitag, 19 Uhr, beziehungsweise bis morgen, ne? Genau, viel Spaß morgen beim Kuchen. Viel Spaß. Ciao. Oha, Sebastian! Och Mann!